Hallo liebe Bollowalker-Fans, Willkommen zurück. Blondie gibt es das Backress ab. Hier im Schlingendontal. Genau, da war nicht mehr viel zu holen. Nach der ganzen Panther, Tiger und sonst was Geschichte tut es jetzt gut, dass man mal wieder viele abgeben kann. Und jetzt gibt es natürlich Vollgepress vor dem Ende. So, noch einer, hier ist noch einer. Tatsche von Sindal. Füße. Füße. So, der halbe, der wird schon wieder voll. Und dann müssen wir mal die Junior König Bangalash. Den haben wir doch schon entdeckt. Achso, der tingelte da unten rum. Dann tingeln wir jetzt erstmal zur Priesterin irgendwas. Haut eines alten Korkilisten. Das können wir auch unterwegs machen. König Bangalash können wir auch unterwegs machen. Dann dorthin, wieder zurückfliegen, abgeben. Eieieieiei. Eieieiei. Wie klingt das denn? Und wieder mit Musik natürlich. So, ich war beim Lehrer. Ah, bebergbaren Kräutekunde gelernt. Genau, 76 erhöht. Das war Glück. Da steht auch noch was. Da muss ich den Tiger noch wegmachen. Weiß gar nicht, was es ist oder wo es steht. Ah, da hin. Was war das? Zinn. Eine Windstatue. Die nehmen wir mit. Oh, hier steht sie. All die Windstatue gibt viel in der IP. Also ein Zinn. Zinn verkauft sich, glaube ich, ganz gut. Und so ist es so wohl. Das müssen wir leider durch Tigerchen auch mal machen. Keine Mieze Katze. Das ist sehr viel jetzt auch nicht zu verachten. Nur alle 30 Sekunden. Ich hoffe, das skippt sich dann noch. Weil man kann das irgendwie runterdrücken auf 20 vielleicht. Das wäre ganz gut. Wollen wir die Geduldige? Das ist echt echt geduldig. Da steht der Murloc. Oh mein Gott. Was gibt es hier alles zu holen? Muss auch ein Kraut sein. Genau. Eulengras. Wenn es eh am Wegesrand wächst. Warum nicht einfach mitnehmen? Leeren Elf. Jäger. Und hier. Hier mal fast ins Wasser hüpfen. Oh. Alter Schnappgeber gucken lässt. Da waren doch hier einige. in der Gegend. Dann auf der anderen Seite dann. Genau. Flameswots passt. Mal schauen wann diese Riesenhaut droppt. von diesem Krokodisten hier. Oh. Okay. Dann war es schon da. Und. Ich würde die Waffen vergiften. sonst wird das ja ja nie was. So. Und jetzt suchen wir den König. König Banglash. Der ist da oben. Oh no. Beginne Kampf. Ich glaube dem können wir noch mal entkommen. Ich glaube dem können wir noch mal entkommen. Ich glaube der. Ich glaube der. Ließ sich oft zähmen. Na. Schattenkatzenpantan. Na toll. Wo kommt der denn jetzt her. Ich denke mal. Tja. Dja. Also. Staaten. Oh ja. Hay. Mä. So lange gefallen. das war der punkt dass sie noch schaden so nun ja bis auf die zwei jetzt die dazukommen noch ein leichtes unterfangen und so ein einzelner tüger ja auch wenn man jetzt nicht drückbetrug angetankt angetankt sei schon angetankt haben funktioniert es doch ganz gut hier ist noch etwas zu holen eisen und das war eine blume in der nähe wahrscheinlich da drin in der ecke da gehe ich aber nicht rein da gehen wir gleich rein schatten platzen panther immer noch den nächsten quest habe entdeckt aber wir müssen ja noch mal zurück genau so oi numeric noch forschen du kannst mir es würde euch nicht gefallen mich wütend zu sein was ist jetzt sechs oder wohlwollend ok ja gastwirt ziehe den ehrenfreund dann wenn du hier schon ein gasthaus bist wahrscheinlich ist das denn das gasthaus tatsache können wir doch das mit machen so wir geben alles mal was ab wie geht's fliegen äh ok das kann ich nicht rebelle nager und dann mit dem ruhestein bitte zurück wenn wir bangalash abgegeben haben ein bisschen zu sehen hier und die quests führen uns weiter in das schlingendorntal hinein in den süden davon das war ja mal eine ebene hier das heißt eine ebene ein ein gebiet nur schlingendorntal und seit dem kataklysmus sind es zwei nördliches und südliches schlingendorntal nördliches und südliches schlingendorntal und ich weiß es mir bewusst ich bin auch noch ein paar instanzen schuldig die holen wir nach was kann ich für euch tun das licht segne euch das war schon alles was das hier die herren helfe priesterin konnte ich eigentlich mit 40 schnell reiten das wäre nämlich schon mal sehr hilfreich jetzt kommt gleich wieder unser lieblings panther hier na komm wo bist du bei kauen ich mach mal was jetzt kommt der panther nicht weiß ich mal ob das verlässt hier wäre eben noch ein der panther ist ganz toll ganz toll mantel brauchen wir nicht brauchen wir das klauen ja seid auf der hut huaay wer des meisterjägers geht denn um die vorlage hier schönen tag auch deswegen war das expedition was brauchen wir noch und oganaka und oganaaka oganaaka und oganaaka und und oganaaka auf zum atmen naja wieder so ein panther noch ein troll noch ein troll noch ein troll schon wieder ein troll ne schon wieder ein troll ne schon wieder und den brauchen wir ja die federn wo auch immer er die federn versteckt hat wir sollen sie besorgen warmer ich sehe keine federn ach doch da am arm sind wir hier ok aber da hat er doch allein schon vier stück so sehr gut noch eine oh das ist ja schön wenn jeder eine hat hier ist noch einer hier ist wieder eisen cool da ist mir ihn ach sehr gut tropschauen zu 100% ist immer fein und der hat er keine so viel zum thema tropschauen zu 100% dann königsblut nehmen wir auch mit und lassen wir vorne noch was das war mal ein jungenbärscher erstmal Tethys ist da vorne unterwegs nur keins gut das war aber jetzt nicht gepirscht mein freund von wegen jungenbärscher das war ein sturm ich glaube die raptonen sind als jäger pet ganz gut jetzt streue ich Tethys hier rum der fand auch schon da komisch komisch muss man eigentlich ändern oder ne nehmen wir den da hinten noch ach komm nehmen wir den da na was soll's wenn sie schon mal da sind und der nächste hui so der dann sind genug da dann gehts jetzt zu den ogern da gehts glaub ich da hoch oder davor ok einmal außen rum ich vermute aber da kann ich wieder gut durchschleichen ja genau hier muss man sogar durchschleichen das ist ja verrückt schau Wahnsinn wo ist das hier was wir suchen eigentlich Schatzkiste ach da sind ja wieder Humanoide die kann ich ja wieder ah da ist die Schatzkiste dann kann ich die hier zappen und die muss mal unboxen so Schatzkiste nehmen wir mit oh ich bin immer noch im Kampf was soll das bin ich noch im Kampf machen wir den einfach mal mit und jetzt noch das Auge dazu gehts hier in die Höhle rein dafür musst du manchmal immer in die Höhle rein so spannend aber das schaffen allein mit durchschleichen müsste gehen zin bravana bravana kann sich ja schon viel ersparen wenn man einfach nur durchschleicht vom Level her sind wir aber hoch genug da sind wir auch nicht mehr angewiesen auf die EP die es hier gäbe um die Dinger hier umzuboxen ja genau my sword du hast das Auge ich weiß es ich weiß es ich weiß es nicht und wieder raus ein Raffen raus so ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht ihr seht mich alle nicht siehst mich auch nicht nein du auch nicht sehr gut was ist dann zurück zum Lager hier ist noch einer ich traue mich gar nicht richtig durchzureiten einfach wenn ich das sonst machen würde weil ich zu langsam bin hier ist noch mal Königsblut hier ist noch mal Königsblut Mensch das gibt es ja gesamter Meer das Zeug hier gibt es sogar einen Weg ein bisschen ein bisschen Weg gibt es hier noch aufpassen wir auf keinen direkt zu reiten aber jetzt war es gut der Kurs stimmt voll wir legen noch die für vorher hin ja genau nehmen wir doch einen offiziellen Weg also das heißt Weg Rampelfahrt und nicht einfach durch die Pampa da unten ist das Ziel unser Lager das auch ein Hintereingang hat sehr schön da müssen wir nicht außen rum obwohl das wäre jetzt nicht das größte Drama da außen rum zu gehen Platzfeste genug der Plauderei für heute seid gesegnet danke ich bin gesegnet Level 40 Gedankensicht Ritual ich bin gespannt was das ist Gedankensicht von Sulgerup na dann laufen wir dem jetzt mal noch hinterher wer ist das hier? Mandukir Blödlord Mandukir wir haben also dieses oh jetzt ist ja nichts geseh das war ein Act bis zu dem zu kommen halbe Stunde mindestens Trash das ist ja eine tolle Mütze die Arbeiter arbeiten die sind relativ easy gewesen die Bluttrinker das war ein Hass das ist ja nichts nun gut die Mero haben uns nicht vergessen seid wachsam das ist eine riesen Gehirn erbeuten Alles Klärchen, sagt er. Hallo Mann. Hallo Mann. Na, die begrüßen halt immer sehr, sehr freundlich. So. Damit soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl. Euer Thomas.